Hallo und Willkommen zurück zu CSGO Missionen mit dem Juli. Mit mir! Ich bin dabei! Ja! Oh je. I remember this one, I think. Wo kommen die her? Äh, hier oben. Und unten. Da wo sie halt herkommen können. Ja und von hinten kommen sie auch. Da kommt vier. Drei noch, einer ist low. Der Bomb Carrier ist wieder. Ich gebe zu, das war nicht das Beste. Aber wenigstens habe ich Kills gemacht. Ja, aber auch nur mit meiner Hilfe. Äh, 170 in 2, 186 in 1, 50 in 1, 50 in 1. Siehste? Zwei, ein Kill war auf meine Rechnung. Äh, es wird zwei gehabt ohne mich. Ich hab vergessen, dass die von hinten angerannt kommen. Ja, ich hab noch nicht. Ja. Ja. Und da. habe ich es gemacht ich habe auch dummerweise vergessen die waffe zu kaufen bei mir hinter dir wasser schaust einmal auf die map oder kommt er rum und gibt cool du hast jetzt geld ich nicht ich sagte immer hallo oder du sagst den hallo dann stehe ich mal versuchen nicht gleich getötet zu werden bei der welt letztes mal habe ich die haben wir die mission auf anhieb geschafft ich sehe es nicht beide waren sehr das ganz gut dass du da klaus stehst und ich dann einen gut ganz gut das ist das ist das ist so ich habe das ist das ist das ist das ist hatten die akars bei dir schaue ich gerade eine sg ansonsten sehe ich aber keine gute waffe ich vermute die werden überproportional oben kommen er hat keinen bock auf mich oder auf mich zu schießen wie in der ak ist noch nacka hätte brauchst du sie bewusst oder nein ich kann gar nicht mehr darauf geachtet das hat was da ist einer Das hat aber guten Heil, wenn du mir hängst. Das hat auch schon gesagt. 18.000 richtig schlicht und damit auch hier vielen dank ja mit vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal